Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag der 2. Januar 2018. Ich habe das mit dem Datum drauf, mein Gott. Geek Talk Daily 279 hört ihr und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch. Apple Watch, iPhone, Chicago, Akku-Austausch, Lauschangriff, mit Fragezeichen, SMS, Backup & Restore, Groove Music und Windows 10. Zu aller Rest aber natürlich von mir und von Achim, euch, liebe Hörer. Ein wunderschönes, gutes neues Jahr 2018, auf das ihr eure Vorsätze, da geht es sich nicht drauf ein, aber dass ihr glücklich werdet, dass ihr ein schönes Jahr durchleben mögt. Und ja, für all diejenigen, die eine Apple Watch besitzen, für die hat ja das Jahr schön begonnen, denn die hat begonnen mit einem Feuerwerk. Wer, wie gesagt, eine Apple Watch hat, weiss, von was ich spreche. Heute Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich so ein schönes, Oh, es kommt nochmal. Feuerwerk hier auf meiner Watch. Nicht schlecht. Gefällt mir. Hast du gut gemacht, Apple. Des Weiteren gibt es jetzt zu Beginn des Jahres, im ersten Monat, eine weitere Challenge. Apple wirft immer wieder solche Challenges auf. Wenn man auf sieben darauf folgenden Tage es schafft, seine ganzen drei Kreise zu füllen, dann gibt es ein Sonderabzeichen. Also nichts wie los. Und wer sich da vergleichen mag, man kann mich anschreiben. Über Twitter, wo auch immer, über E-Mail oder hier auch in den Kommentaren werde ich mich gerne mit euch verknüpfen und dann natürlich auch betteln, je nachdem, wenn ihr mögt. Das iPhone. Achim hatte es ja letzte Woche schon in der Daily. War das meist aktivierte Smartphone der letzten Weihnachtsfeiern. Und was ist jetzt auch das bestverkaufteste Gadget im Jahre 2017? Mit riesen Abstand vor einem Samsung Galaxy S8 und Note zusammen, die auf den Bruchteil davon kommen. Echo Dot. Dann kommt schon wieder Apple mit der Watch und Nintendo Switch. Schöne Zahlen. Schön könnte es weitergehen. Wir hoffen doch auf neue Geräte von all den Herstellern, dass wir alle wieder neue, schöne, tolle Produkte kaufen können. Für was gehen wir sonst arbeiten in diesem 2018? Dann hat man gelesen in den letzten Tagen überall ein bisschen über ein Design-Fail seitens Apple. Es geht jetzt diesmal nicht um irgendein Produkt wie ein Computer, ein Wearable oder ein Smartphone oder was auch immer, sondern es geht um den Flaggschiff App Store. In New York haben sie einen Würfel, das ist ikonisch. In Chicago haben sie das iPad Air-Teil, was sie da als Dach, zumindest von oben schaut es aus wie ein iPad Air. Nicht iPad, MacBook Air, Entschuldigung. Und das soll anscheinend Probleme haben, weil Winter und Schnee runterrutscht etc. Da gab es jetzt Updates von Seiten Apple, dass das Ganze nicht so schlimm sei. Daran hat man natürlich gedacht. Im Dach sind irgendwelche Wärmeelemente eingebaut und die sind noch nicht ganz richtig kalibriert. Wie auch ohne Schnee kann man sowas wahrscheinlich auch schlecht testen. Oder ja, könnte man schon, aber haben sie anscheinend nicht. Auf jeden Fall wurde da ein Update eingespielt. Ich bin mal gespannt, wann das nächste Update kommt und vor allem, wie es beim nächsten Mal, wenn es schneit, ausschaut in Chicago. Bilder hat sie wie immer bei uns in daily.geektalk.ch auf der Webseite verlinkt für euch. Dann haben wir es letztes Jahr noch davon gehabt, dass Apple den iPhone-Akku-Austauschprogramm per Ende Januar starten wird. In ziemlich, ziemlich, ziemlich vergünstigter Version. Also in Euro sind das 9,80. Also wären es gewesen, jetzt kostet es nur noch 29. Schweizer Franken ist es endlich herum. Und ja, da muss man doch fast hingehen. Und das Schöne daran ist, es beginnt nicht erst Ende Januar. Das Ganze beginnt schon jetzt. Ich werde mir auf jeden Fall, nächstes Mal, wenn ich nach Zürich oder Basel gehe, einen Termin im Apple Store machen für mein iPhone 6S. Mal schauen. Dann haben wir wieder mal ein paar Apps entdeckt. Nicht wir, sondern laut der New York Times hatten über 250 Spiele und insgesamt über 1000 Apps eine Geschichte drin, die euer Smartphone zum Mithören macht oder zum Mithören bewegt. Und das nicht nur währenddem die App, also das Spiel oder eben die App geöffnet ist, sondern auch sonst. Das Ganze ist ein bisschen unschön, aber dennoch immer wieder mal gut für einen Hinweis von unserer Seite, den wir immer wieder geben, wenn ihr Apps installiert. Mittlerweile kann ja das Android auch ganz schön und gut jeweils abfragen, darf die App eure Kamera benutzen, darf die App eure Mikrofon benutzen. Und wenn es nur eine, ja, keine Ahnung, Poker-App ist, wieso sollte die euer Mikrofon benutzen können, dürfen müssen? Überlegt bitte, wenn ihr was installiert. Und dennoch, ja, geht gegen das vor, weil unschöne Geschichte schlecht bewerten und solche Geschichten helfen da jeweils. In die gleiche Kerbe geht ein anderes Thema, was wir immer wieder propagieren. Macht Backups von euren Daten. Bei Android gibt es eine App, die sehr beliebt ist, SMS Backup & Restore. Mit der könnt ihr eure SMS, wie das so schön sagt, Backupen und wenn im Notfall natürlich auch wieder Restoren, wenn das der Fall war. Ja, die Firma wurde verkauft und da ist auch wieder mal so ein Ding, wenn ihr Apps installiert habt, die für euch Backups machen, die für euch irgendwelche Dienste oder sonstiges Zeugs im Hintergrund machen, schaut euch die Apps immer wieder mal an. Alle paar Monate, jeden Monat, je nachdem wie intensiv ihr das nutzt. Denn über die Firma, die in Australien das sich gekauft hat, weiss man aktuell noch nicht viel. Und ja, andere Länder, andere Sitten, andere Datenschutzrichtlinien etc. Ich kenne mich jetzt in Australien nicht ganz so gut aus, aber dennoch, wenn ihr das nutzt, die App, schaut es euch mal ein bisschen genauer an. Ansonsten, es gibt sicherlich Alternativen, was das anbelangt. Am 31.12.2017 war es, jetzt sage ich nicht, endlich soweit, sondern leider soweit. Groove Music, oder was heisst leider, ja, ein Dienst, der nicht ganz so viel gebraucht wurde anscheinend, wurde eingestellt. Das ist Microsofts eigene Cloud-Geschichte, um Musik zu hören, also Musik-Streaming zu ermöglichen, wurde ja eingestellt. Da konnte man die ganzen gekauften Songs noch runterladen, DRM-frei etc. Also alles schön sauber gelöst von Seiten Microsoft. Auch interessant und da habe ich festgestellt, habe ich mal meine Musik anscheinend auch hochgeladen, um das Ganze mal zu testen. Was heisst hier anscheinend? Durch dieses Angebot von Groove Music hatte man zusätzliche 100 GB Speicherplatz in OneDrive, die, obwohl jetzt leer, bleiben euch erhalten bis Ende 2018. Also wenn ihr da noch Musik drin habt, zieht es von da ab und oder denkt daran, wenn ihr das nächste Mal dann spätestens Ende Jahr, ja, euren OneDrive Cloud Speicher ausbaut. Obwohl, ja, kauft euch Office und dann habt ihr ein Terra, dann habt ihr da kein Problem mehr mit den paar Gigabyte Musik, die da drin liegen. Kleiner Tipp an der Stelle. Dann gibt es erfreuliche Mitteilungen von Windows 10 oder seitens Windows 10. Nicht ganz, wie so oft, offizielle Zahlen, sondern von StatCounter. Die haben nämlich jetzt das erste Mal einen über 50%igen Anteil von Windows 10 Computern festgestellt. Das freut unter anderem mich auch ganz stark. Und wenn man da noch weiter in die Statistiken schaut, schönerweise hat auch Mozilla Firefox, die ja vor kurzem ein grosses Update gemacht haben, aufgeholt. Chrome hat ein bisschen nachgelassen. Edge dürfte noch ein bisschen zulegen. Die sind etwa gleich auf wie Safari. Gleichzeitig habt ihr hier im Link, den wir verbaut haben in den Shownotes, noch ein paar Zahlen von Dr. Windows, die den Artikel dazu geschrieben haben, also wie das bei ihren Nutzern ist. Jetzt, logischerweise nehme ich an, ja doch, Windows ist bei 49,1,3, also Windows 10, auch hoher Anteil. In diesem Sinn könnte ich mal schauen, was die Daily Nutzer so für Geräte haben. Mal schauen, ob ich Zeit finde. Ansonsten, ihr hört mich morgen wieder. Euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Tag, die heute dennoch frei haben. Geniesst den Tag. Diejenigen, die schon wieder arbeiten dürfen, geniesst es auch. Und ja, wir hören uns morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.